Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Altcoin Update Video. Ihr habt es euch gewünscht, wir schauen uns Bitcoin Cash an. Ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht in das Projekt investiert. Wir haben auch ganz ehrlich nie wirklich Bitcoin Cash mal angeguckt. Ich habe das auch nicht auf dem Schirm gehabt. Nur ich glaube jetzt zuletzt, nachdem es hier doch eine deutliche Hype-Phase, muss man ja schon ehrlicherweise dazu sagen, gab, ist das Projekt glaube ich wieder bei vielen auf den Schirm gekommen. Wie gesagt, ich bin da nicht investiert. Ich werde da auch nicht investieren. Das möchte ich schon mal vorweg sagen. Deswegen, wenn wir jetzt hier irgendwelche Einstiege nennen, ich persönlich werde da nicht reingehen. Das ist Rheinland für euch, im Endeffekt Tipps zu geben, möglicherweise um ein Retracement, möglicherweise entweder zu long oder hier langfristige Spot-Einstiege zu suchen. Sehr, sehr interessant, was die letzten Tage passiert ist. Werde aber dazu auch nochmal ein bisschen was genauer sagen. Bevor wir auf jeden Fall starten mit dem Video, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale natürlich, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung komplett for free. Und ein kleines Eigeninteresse, wenn ihr Bock habt auf unseren Podcast. Die dritte Folge ist mittlerweile online. Könnt ihr bei Spotify und natürlich auch bei Apple Podcasts anhören. Würden wir uns riesig freuen, wenn ihr auch eine positive Bewertung da lasst und vielleicht auch dem Podcast folgt bzw. speichert. Gut, damit würde ich sagen, gehen wir rein. Bitcoin und Bitcoin Cash, wie gesagt, momentan so ein bisschen in aller Munde. Nachdem wir unser Low hier unten bei den 89 US-Dollar hatten, gab es hier mitten, wir gehen jetzt mal ab der Seitwärtsphase, die wir dann hatten bei 105, eine enorme Rallye in der Spitze 110%, die wir hier gut gemacht haben. Natürlich ist es viel und das innerhalb, ich sage jetzt mal, knapp einer Woche, ein bisschen, ja, so eine Woche knapp, nachdem die Rallye jetzt begonnen hat, Mittwoch, 21. Juni, bis das Video rauskommt, vielleicht knapp eine Woche, ist es schon wirklich krass, was hier stattgefunden hat. Man muss aber auch natürlich dazu sagen, egal wie schnell jetzt der Kurs gestiegen ist, viele Altcoins hatten ihren 100%-Move auch schon. Also man soll jetzt auch hier nicht wirklich im FOMO betreiben. Wir haben sehr, sehr viele Altcoins, die teilweise 1 oder 2x schon gemacht haben in dem Bärenmarkt und wir schon die Profite rausgenommen haben. Nur weil jetzt Bitcoin Cash hier mal 110% macht, es performt nicht unbedingt besser wie Bitcoin. Bitcoin hatte sein Low so bei 15k, wir sind jetzt bei 31k. Also auch hier haben wir 110%. Also jetzt nicht einfach hier überrascht und sagen, boah, scheiße, ich habe jetzt Bitcoin Cash verpasst. Es werden auch wieder neue Entries kommen. Und wenn wir uns so mal die letzten Monate ein bisschen angucken, waren die jetzt auch nicht wirklich berauschend. Erinnert mich so ein bisschen an XRP, ewig lange Seitwärtsphase. Und die Seitwärtsphase ging seit 13. Juni 2022. Also fast seit einem Jahr sind wir hier seitwärts gelaufen. Also auch keine wirklichen Perspektiven hier jetzt. Natürlich, wir hatten unser kleines Falling Wedge hier in diesem Downtrend. Hat sein Ziel fast auf den Dollar genau hier oben erreicht. Und dann ging es auch wieder runter. Also es hat sich nicht wirklich viel getan. Und jetzt halt eben dieser Move. Sehr, sehr viele Shorts natürlich liquidiert wahrscheinlich. Die hier auf dem Weg immer wieder runtergeschortet haben. Nach so einer Seitwärtsphase ist das nicht wirklich verwunderlich. Aber so eine Rallye wird halt auch früher oder später ihr Ende wieder finden. Und wir sind gerade auf dem 4-Stunden-Timeframe. Error ist eigentlich natürlich komplett parabolisch. Auch hier bis auf 90 sind wir hier hochgekommen. Genauso ein bisschen wie Bitcoin diese Woche. Da ziehen natürlich auch die Altcoins ein bisschen nach. Bearish Divergence ist jetzt gebildet. Also früher oder später wird hier ein Retracement kommen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wir vielleicht das 0,5er hier drüben nochmal testen. Hier sehen wir, ist zwar jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber trotzdem so ein bisschen Liquiditätsansammlung, die wir hier oben noch haben in diesem Bereich. Und dann ist das Golden Pocket auch nicht mehr weit entfernt. Es wäre natürlich von unserem Tief nochmal ein ordentlicher Move auf knapp 160%. Vom jetzigen Stand auch nochmal 30 bis 40%. Ist nicht ausgeschlossen. Und wenn wir hier drüben nochmal ein bisschen so reinzoomen, in eben diesen Bereich sehen wir auch, okay, wir haben hier noch eine kleine Ineffizienz und noch zwei Peaks beim 0,5er bei ungefähr 240 und 250 US-Dollar. Ich würde hier aber ganz ehrlich jetzt nicht mehr drauf meinen Arsch verwetten, dass wir hier wirklich nochmal diese Kurse jetzt erstmal kurzfristig sehen. Wahrscheinlicher ist dann wirklich ein Retracement nach eben diesen krassen Impulsen. Volumen ist noch sehr, sehr stark, muss man ganz ehrlicherweise sagen, für diese Bewegung. Also auch Short lohnt sich hier meines Erachtens nach der Zeit noch nicht. Da sollten wir ehrlich gesagt eher warten, bis wir hier hoch vielleicht ans 0,5er Fibonacci Retracement kommen bei ungefähr 238 Dollar. Klar, Bearish Divergence habe ich angesprochen auf dem 4-Stunden-Time-Frame. Aber diese Volumen-Peaks sind immer noch sehr, sehr krass und das vor allem an einem Wochenende, muss man natürlich auch dazu sagen. Sollte eine Korrektur kommen, schauen wir uns das Ganze mal an, wo die nächsten Level sind, die interessant werden könnten. Nach jetzigem Stand natürlich müsst ihr dann, sollte sich der Kurs nochmal ein bisschen nach oben orientieren, da nochmal ein bisschen drauf aufpassen, dass er das Fib vielleicht nochmal nachzieht. Aber wir haben hier einen sehr, sehr interessanten Punkt und der ist hier bei 150 US-Dollar derzeit. Dort liegt das einerseits Golden Pocket, das wollte ich nicht, aus der Tastatur gekommen. Wir haben die Ineffizienz, die mit diesem Hochpunkt hier sehr, sehr schön abschließt. Wäre natürlich nochmal ein ordentlicher Crash vom derzeitigen Level von ungefähr 25%. Aber nach so einem Move von 110%, den wir derzeit hatten, ist es wirklich nicht viel, nochmal 25% abzugeben. Und wir haben halt hier schöne Confluence. Einerseits mit der Ineffizienz natürlich. Und wenn wir jetzt einfach mal so die Box hier genau ans Golden Pocket so ein bisschen befestigen, sehen wir auch, okay, das wäre der perfekte Retracement der ehemaligen Range, die wir hier gebildet haben. Natürlich hatten wir hier Fake-Outs, das ist kein Problem. Die können wir da schön mal erstmal ein bisschen beiseite lassen. Aber so die signifikanten Level liegen eben hier am Golden Pocket und an den ganzen Ineffizienzen. Also die sollte Bitcoin Cash auf jeden Fall halten. Ansonsten könnte uns wirklich hier wieder ein riesiger Abverkauf drohen, weil wir unten jetzt ordentliche Retracements gebildet haben, bis ungefähr wieder 111 US-Dollar. Hält das Golden Pocket, sehe ich die ganze Sache erstmal ein bisschen positiver. Wäre wie gesagt perfekter Retest der Range. Dann hier runter Liquidität einsammeln, einen Haufen Longs, die eben hier nochmal. Und wir sehen auch hier ist eigentlich die meiste Liquidität in Form von Longs reingekommen. Die Longs wieder killen und dann wird es darauf ankommen, schaffen wir wirklich das Retracement über das Golden Pocket mit Bestätigung. Dann könnte der Boden wirklich fix sein. Also erstes Indiz Golden Pocket testen, zweites Indiz über das Golden Pocket und auch eine Wiki Candle drüber schließen. Und dann können wir wirklich ein bisschen langfristiger denken. Schauen wir uns gleich an. Sollte das Golden Pocket natürlich brechen, dann sieht es ein bisschen übel aus und dann sind die 111 auf jeden Fall wieder drin. Also das sind jetzt so diese zwei Nachkaufzonen für alle, die hier spotinteressiert sind. Ich werde wie gesagt nicht da reingehen. Ist für mich absolut uninteressant. Da gibt es bessere Projekte, muss ich ganz ehrlich sagen. Bitcoin Cash, weiß ich nicht, ob man das als Projekt bezeichnen kann. Aber für mich absolut uninteressant. Deswegen für euch nur diese zwei Hausnummern. Und dann gehen wir jetzt mal ganz kurz in die größeren Timeframes. Und zwar von unserem High aus bis zu, ich mache die ganzen Fips hier nochmal ganz kurz weg. Einfach der Übersichtlichkeit halber für euch. Und geht von unserem High bis zu unserem Low. Also das heißt 1641. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. So hoch waren wir schon mal. Bis zum jetzigen Bereich. Gleich bricht die Range hier oben bei 270 Dollar. Dann wie gesagt, Wikiclose als Bestätigung sehr, sehr wichtig. Bestätigung vielleicht sogar bis 450 und dann runter. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen der grobe Fahrplan für die nächsten Wochen, Monate. Und dann auf jeden Fall genau das gleiche wie bei VeChain, wo wir uns angeguckt haben. 1100 Dollar. Passt perfekt mit der Ineffizienz. Passt perfekt mit dem Golden Pocket hier überein. Denn das wären die langfristigen Ziele für erstmal den Bullrun, um die größten Profite zu sichern. Sollte dann Retracement auch nochmal kommen, können wir auch so eine Art, ich sage jetzt mal, Wellen zeichnen. Das heißt, wir hätten jetzt hier die erste Welle, zweite Welle und das die dritte. Und dann eben eine Korrekturwelle nach unten. Möglicherweise hier wieder bis in den Bereich der 270 US-Dollar. Aber das ist wie gesagt alles viel zu langfristig jetzt einfach. Und richtige Bullrun-Ziele, sollte das hier oben wirklich nochmal erreicht werden und durchbrochen werden, liegen bei 2600. beziehungsweise maximal sehe ich derzeit 5700 US-Dollar. Wäre krank, aber wie gesagt, ich bin hier nicht investiert. Das sind alles aufgrund FIP-Level-Schätzungen. 1618, da ist meistens so ein Ziel, was mindestens angelaufen wird. 26 und 3618, das sind dann schon wirklich Ultimo-Levels, die ich dann glaube eher bei Bitcoin angelaufen werden, anstatt als bei Bitcoin Cash. Gut, ihr könnt gerne mal unten reinschreiben, ob ihr investiert seid, wie ihr hier weiter, sage ich mal, vorgeht. Wie gesagt, das sind jetzt so ein bisschen die zwei Level, die ich mal im Auge behalten würde. Sollte eine riesige Bitcoin-Korrektur kommen, wird auf jeden Fall die 110 nochmal angelaufen. Aber ich sage jetzt mal, diese zwei Level für einen möglichen Nachkauf wären auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Vielleicht für euch da draußen. Gut, damit würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und wünsche euch noch einen schönen Start in die Woche. Das war es von mir. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer, stay correct. Ciao.